Dann Moin zu einer neuen Folge in Henkes Corner, mit dabei einen fantastischen Gast, ja mein Lieblingsfreund, Dave. Hallo. Dave, grüß dich, geht's dir gut, Junge? Vielen Dank für die Einladung, mir geht's bestens. Ja? Endlich nochmal im Funk-Kosmos, hallo liebe Zuhörer. Nee, ich liebe das ja wirklich, also vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr geil. Podcast ist eh immer eine schöne Sache und hier in dieser Kulisse, es könnte ja nicht besser sein. Es ist wunderbar, du hast die tatsächlich vorgeschlagen, ich kenne mich ja hier fast gar nicht aus, aber du hast dann gesagt, ey, wir fahren hier hin, hier ist geil. Wir waren erst vorne am See, da war ordentlich Zucht drauf, jetzt sind wir ein bisschen mehr in den Wald reingegangen und wir haben schon eine fantastische Hütte. Zu dem Thema kommen wir auch noch, ja, hier ist nämlich ordentlich was Bushcraft-mäßig passiert. Das ist ja mein Hauptthema, ist gut, dass wir da noch zu kommen, da verstehe ich nämlich Bushcraft, Outdoors, das ist genau mein Ding. Aber es sind auch noch was, was wir betüdeln, weil du da ja eine nicht gerade unsignifikante Rolle gespielt hast. Also Dave, kurz zum Anfang, du bist YouTuber, machst sehr viel tatsächlich Content, auf den man gut reagieren kann. Ich hoffe, ja. Ich glaube, du bist das Dankbarste, was unter anderem den Twitch-Streamern so in Deutschland passiert ist. Aber bei dir finde ich es sehr, sehr spannend, von dem her, ich meine, wir kennen uns ja auch schon eine Weile und haben viel so drüber gequatscht, woher du eigentlich entstammst, so in diesem ganzen Kosmos. Weil bei dir, wenn ich immer an dich denke, habe ich so das Gefühl, der Mann hat den Erfolg nach Rezept gemacht. Oder sagst du dir richtig? Nach Plan zumindest. Genau, genau, du bist hinter die Kulissen zuerst, warst in Managements unterwegs, in Berlin unter anderem. Genau. Und bist dann, warst dann konzeptionell im Hintergrund so unterwegs und hast dann selber durchgestartet mit deinem eigenen YouTube-Kanal. Du warst zwischendurch sogar selber Social Media Manager selbstständig, oder? Ja, das war so die einfachste Bezeichnung, um meinen Eltern zu sagen, dass ich gerade nicht weiß, wohin mit mir, warum ich nicht mehr bei der Firma in Berlin bin und wo es jetzt weiter hingeht. Das war so die Zwischenphase zwischen genau diesem ersten Job, den du angesprochen hast, was zum Starten ein Praktikum war in einem Management in Berlin von einem großen deutschen Fernsehsender, quasi ein Ableger, der sich um den ganzen Online-Kram gekümmert hat. Ja. Genau, und bin dann, wollte auf keinen Fall in Berlin bleiben. Nee, das will auch keiner, der bis über Verstadt ist. Genau, bin nach Köln gegangen und musste dann irgendwie eine Bezeichnung für mich selber finden, war dann selbstständiger Social Media Manager. In der Zeit ist aber nicht so viel passiert. Ich habe mal ein paar Fotos für die Luca-Pizza, die neben all den anderen tollen Tiefkühlpizzen existiert, habe ich da mal ein paar Bilder für die Rückseite gemacht und so und habe irgendwie einen Runner gemacht für Sachen von der alten Firma aus Berlin, die es in Köln zu regeln gab. Also wenn die jemanden brauchten, der vor Ort in Köln irgendwie schnell was macht. Also warst du quasi so die Außenstation? Genau, ich war quasi so selbstständige Außenstation, aber wirklich in der Zeit wenig gemacht. Ja. Angefangen zu studieren und so weiter. Was hast du studiert? Medien- und Marketingmanagement, aber natürlich nicht zu Ende gemacht. Warum auch? Ja, das war auf den Wunsch, auf das Drängen meiner Eltern hin, musste ich das tun. Bin dann glücklicherweise relativ schnell in das Vollzeit-YouTube-Ding reingekommen. Wie kam das zustande? Ich habe dich quasi kennengelernt, da warst du schon in diesem Gespann mit Max. Richtig. Wie ist das entstanden? Das war, das finde ich immer am spannendsten. Ich habe euch einmal besucht bei euch im Studio ganz kurz. Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund das war. Ich glaube, da waren wir im Golf, habe ich irgendwie die Jacke bei dir liegen lassen. Was waren wir? Golfen? Nach dem Golfen. Das hört sich richtig scheiße an. Das hört sich richtig scheiße an. Wir waren bei dem Top-Golf-Ding. Ja, ja, genau. Genau, da habe ich meine Jacke bei dir im Auto liegen lassen, dann musste ich die abholen. Da war ich bei euch im Studio, da habe ich gesehen, wie ihr arbeitet. Und zwar sieht man euch gegenseitig in den Videos des anderen gar nicht mal so häufig. Genau. Aber so in der Postproduktion quatscht ihr ja schon viel miteinander. Genau, also wir stimmen uns gegenseitig im Content des anderen ab. Also Max fragt, hey, was könnte ich machen? Wo gibt es sowas zu verbessern? Andersrum genauso. Genau. Und das ist der große Vorteil und ich glaube auch der Grund, warum es bei uns jetzt so lange funktioniert. Wir sind halt mega gut befreundet und wir haben uns befreundet, angefreundet, bevor wir YouTube-Videos gemacht haben. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Typische YouTube-Freundschaft. Hey, wow, ich habe eine Million Abonnenten, ja, ich auch. Lass mal zusammenziehen im YouTube-Haus und dann zusammen ins Büro. Und am Ende funktioniert es nicht, weil man mehr Arbeitskollege als tatsächlich echter Freund ist. Ja, man merkt, der eine will mehr Kohle haben als der andere. Genau, oder man macht ähnlichen Content. Alle machen Gaming und dann wäre es in der Aufnahme zuerst dran. Ja. Bei dem, bei dem die Leute zuerst dran sind, da sind alle noch frischer, sind alle besser drauf. Oh, für wen nehmen wir jetzt auf? Genau, für wen nehmen wir jetzt auf? Ja, aber ich muss danach weg. Aber ich habe doch mit dir aufgenommen und jetzt kann ich mit dem nicht mehr. Aber das ist der große Vorteil, wir kommen uns überhaupt nicht in die Quere. Das ist ja total geil. Genau, ich habe überhaupt keinen Spaß am Kochen. Ich werde auch niemals in die Kochrichtung gehen. Und Max hat überhaupt keinen Bock, mit dem Neoprenanzug in irgendeinen Teich-Tümpel zu steigen und irgendwelche Golfbälle rauszuholen. Und deswegen funktioniert das, glaube ich, so gut. Und deswegen ist Max quasi der perfekte, prädestinierte Zuschauer von mir. Also kann das richtig schön mit einer Brille von außen betrachten und mir sagen, hier ist was scheiße, da ist was scheiße. Und ich kann das gut aus Max-Sicht machen. Quasi als der Dulli, der nicht kochen kann und das wirklich als Zuschauer dann verstehen muss. Ja, ist ja auch im Prinzip so. Habt ihr euch beide gleichzeitig so aufgestellt, dass ihr gesagt habt, okay, du fängst mit dem Kochen an, ich mache jetzt mein Kram? Ich weiß gar nicht, wie ich deine... Da habe ich immer Schwierigkeiten mit, weil selbst richtig selbstexperimentell ist es ja nicht mehr. Genau, war es zum Anfang ein bisschen mehr, ist es mittlerweile nicht mehr. Wie würdest du deinen eigenen Kram definieren? Eine bunte Mischung, Content-focused, ohne bestimmtes Thema, häufig aber mit Thema Geldbezug. Ansonsten eigene Grenzen testen, Dinge ausprobieren, Dinge neu machen und das aus Sicht des Zuschauers. Oder es ist grundsätzlich immer zielgerichtet? Genau, es hat immer ein größeres Ziel, egal ob in einer Folge, über mehrere Folgen hinweg. Ich mag den Seriencharakter sehr gerne, also wir probieren Themen zu finden, die wir gut in Serien packen können. Ganz einfach, weil in vielen Bereichen ein 8-Minuten-Video nicht reicht, um ein Thema aufzumachen, die Basics zu erklären, dann in das Thema reinzustarten und dann ein größeres Ziel zu verfolgen. Da ist erstens in Short-Form-Content überhaupt kein Platz für, weswegen ich das nicht bespiele. Ich kriege meine Sachen nicht auf eine Minute runter. Wir haben es mehrfach probiert. Aber machst du gar nicht Short-Form irgendwie? Ganz, ganz wenig. Ich glaube, dass der Short-Form-Content besser ist für Leute, die aus dem Steh greifen, witzige Clips, dies und das, ein schneller Trend. Aber wie will ich die Renovierung von einer Wohnung, was ich auf YouTube über acht Teile begleite, das sind insgesamt irgendwie zweieinhalb Stunden Content, die die Serie lang ist. Da brauche ich 60 Shorts, um das irgendwie vernünftig zu beschreiben. Um 60 Shorts zu machen, müsste ich wahrscheinlich zwei Monate durcharbeiten und dann würde der Hauptkanal darunter bleiben. Ich meine, du hast auch gewisserweise so die Einschränkung, sagen wir mal jetzt bei Reels, da hast du maximal, was war es bei Reels? Das war es, glaube ich, eine Minute dreißig. Bei TikTok ist relativ locker und bei YouTube Shorts nur eine Minute. Genau. Da bist du ja sehr, sehr eingeschränkt. Ich glaube, bei Max, wenn er da irgendwie seine pfiffigen Rezepte macht, da geht es relativ schnell. Der macht dann irgendwie seine kleinen Küchen-Lifehacks und sowas und der dreht die auch extra ab. Ich glaube, in so einer Situation habe ich es dann mal erwischt, weil wenn in der Moderation ein Wording war, er sich nicht sicher hat, hat er dich nochmal extra gefragt. Und das ist so geil, weil das hat dann so, da hat man richtig die Dynamik gemerkt. Ich sage mal, ihr seid sowieso wahrscheinlich die, wo ich es so mitbekomme. Ich kann ja nicht bei allen so über die Schulter gucken oder kriege ich es ja nicht bei allen mit. Ich habe das Gefühl, bei euch, ihr seid die, die mit am krassesten ackern. Ich glaube, das ist... Oder glaubst du, das ist nur so eine Außenwahrnehmung? Ich glaube, das ist eine Außenwahrnehmung, weil ich glaube, dass wirklich, wirklich viele Leute extrem arbeiten in diesem Bereich. Ja, ja. Ich glaube, es ist auch die Luft, also beziehungsweise, wenn du das grundsätzliche Ding, wenn du ein Hobby zum Beruf gemacht hast und du Spaß an dem Ding hast, dann fällt es dir schwerer, sich selber so Grenzen zu setzen. Punkt eins und Punkt zwei mit Sicherheit auch ab dem Zeitpunkt, wo Verpflichtungen mit reinkommen. Also will man ein Team haben von mehreren Vollzeitangestellten, muss man sich im Klaren sein, dass man ab diesem Zeitpunkt Verantwortung für die Leute trägt. Und auch für alles, was bei den Leuten dranhängt. Also hat jemand eine Freundin, eine Familie, einen Freund, was auch immer, mitzuversorgen, der vielleicht in einem Studium ist oder Kinder oder irgendwas, dann ist keine Zeit mehr, um rumzuspaßen. Dann muss so viel Kohle dabei rumkommen, dass alle Mitarbeiter vernünftig, gut, dauerhaft, konstant bezahlt werden, ohne Ausfälle. Und das war für mich so der Switch, als ich die ersten Leute bei mir ins Team geholt habe, dass ich dachte, oh wow, ich darf mir keine Pause mehr erlauben, was mit Sicherheit auch falsch ist. Ich darf mir keine Pause mehr erlauben, weil das muss jetzt funktionieren. Das kann sein, dass es in einem halben Jahr endet. Das kann sein, dass die Leute das nicht mehr interessiert, dass ich krank werde, dass irgendwas ist. Und dann muss genug Puffer sein, damit verpflichte ich mich als Arbeitgeber, das den Leuten dauerhaft zu gewähren, was wir ausgemacht haben. Und ich glaube, dass das bei einigen Leuten noch mit reinspielt. Toi, 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 dass da irgendwie nichts passiert oder dass irgendwas nicht in die Quere kommt oder so. Aber so wie es aussieht, seid ihr ja alle gerade sehr solide dabei. Genau, ja, das ist mega cool, dass das ankommt, dass die Leute sehen, dass man viel Arbeit und viel Herzblut reinsteckt. Und es macht mehr Spaß als je zuvor. Man hat mehr Möglichkeiten und kann dieses Min-Maxen ist halt so geil. Wir haben dieses YouTube-Ding für uns gefunden. Max schon vor vielen, vielen Jahren mit dem Minecraft-Ding. Dann einen Mega-Switch zu dem Food-Kram geschafft. Und das fand ich ja so krass bei Max, weil man sich so dachte, okay, dieses Gaming-Ding, dieses Minecraft-YouTuber-Ding, er war ja dann auch quasi durch den Namen schon fast ans Spiel gebrandet mit CanCrafter. Und da war es ja so, ja, okay, wo ist der abgeblieben? Wo ist der hin? Und dann ist ja irgendwie eure Konstellation so zustande gekommen. Und aus dem Nichts geht Max nochmal vollkommen ab mit einem 180-Grad-Content-Switch. Ich meine, wir reden hier von Gaming zu kochen. Genau. Das ist ja total unterschiedliche Genres, aber es hat funktioniert. Genau. Das ist ja so, das ist ja was total Geiles. Und ich glaube, ihr beide seid gerade ein Grund dafür, weswegen viele, viele noch nicht dieses ganze YouTube-Game in Deutschland so richtig aufgegeben haben, weil einfach ihr der Grund seid, dass doch so viel passiert. Ja, aber man darf nicht vergessen. Aber ihr inspiriert ja auch. Ja, also vielen Dank. Aber man darf nicht vergessen, das hören wir komischerweise häufiger, aber man darf nicht vergessen, die YouTube-Landschaft ist vielfältiger und hochqualitativer als jemals zuvor. Wir haben alle Streamer-Clips, Streamer-Events, was auch immer, mit auf YouTube. Das ist schon mal geisteskrank. Dann haben wir einen TomatoLix, Simplicissimus, super viele kleine Kanäle, die nachkommen, die richtig am Grinden sind. Also dieses Ding, YouTube ist tot, das habe ich in den letzten Jahren überhaupt nicht verstehen können, weil so viele Leute sich so krass professionalisieren und so Mörder-Mörder-Content raushauen. Ich glaube, der Unterschied, weswegen der Eindruck vielleicht so besteht, YouTube ist tot, liegt darin, weil die Leute sich vielleicht ein bisschen zu wenig damit befassen, was es denn noch so gibt. Ich glaube, es ist viel, weil du hattest letztens, glaube ich, sogar auf Twitter war das, so nach Kanälen gefragt, die verhältnismäßig klein sind, aber krass Content machen. Und da kam richtig viel bei rum. Und ich habe beispielsweise dadurch Dings gefunden, wie hieß er, der so Mode-Topics hat. Joschi. Nee. Vincent. Äh, Hamel? Was, Hamel? Ja, kann sein. War das bei dir? Ja, 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 Hamel. Auch, ich habe den gefunden. Ich dachte, ein Ding hat crazy geiler Content. Und du hast Meinungsblogger wie einen Vincent, die dazugekommen sind, die aus dem Stehgreif gefühlt, so wirkt es in den Videos, gesellschaftskritische, richtig gute Dinger machen. Dann hast du kreative, du hast wirklich in alle Richtungen Content. Und meines Erachtens nach lebt YouTube mehr als jemals zuvor. Vollkommen, ja. Und viele, die sagen, ja, YouTube ist tot, sind wahrscheinlich einfach acht Stunden am Tag auf Social Media. Und klar, irgendwann ist dieses Game erschöpft. Aber wenn du acht Stunden am Tag mit YouTube verbringst, dann darf das auch irgendwann mal leer sein. Vielleicht ist es wirklich dann diese, naja, dieser Eindruck, wenn man irgendwie das achte Stream-Highlight-Video guckt und sich gar nicht weiter mit irgendwie Tiefer und Content befasst, dass man sich denkt, ach, es gibt ja eigentlich gar nicht mehr so viel anderes, so wie es früher war. Aber du hattest halt früher nicht diesen großen Anteil Livestreamer. Ich meine, das war, wann ist das so richtig gepoppt erst? So 2018 vielleicht? Ja, so spät eigentlich. Also ich hab damals angefangen mit Twitch, war 2017. Da war noch, da war das doch total nischig. So und jetzt ist es erst ja so um, ja, ich würde sagen so 2018, 2019 ist es erst so richtig gecrackt, dass die ganzen frühen Gaming-YouTuber alle auf Twitch gegangen sind und ihren Content sozusagen auf YouTube recyceln. Und man darf dabei auch nicht vergessen, auch wir sind in einer Bubble. Voll. Für uns existiert ein, ist ein Trimax, ein Papaplatte, ein Monte, ein unsympathisch. Unsympathisch, das sind die Größen. Das ist für die Zuschauerschaft zwischen 18 und 24, das sind die YouTuber. Ja. Es gibt ja sonst nichts mehr. Dann hast du aber einen Vive HD, einen iCrymax, einen Standardskill, die neben einem Paluten seit Jahren, Jahren, Jahren daily ein, anderthalb, zwei Videos rausballern und die komplette junge Zielgruppe abholen, die mega am Grinden sind. Ist abgefahren. Das ist komplett verrückt. Ich habe neulich mit Vive geschrieben, dem gesagt, alter, mega Props, wie krass, dass du seit Jahren das so maintainen kannst, so einen Output hast, die ganze Zeit Content machst und wirklich Massen begeisterst. Also das Facettenreichtum auf YouTube ist riesengroß und ich glaube, dass viele Leute, wie du es gesagt hast, nur so einen winzig kleinen Teil sehen. Ja eben, ich glaube, das Wort, das man in einer Bubble steckt oder dieser Tag, das man in einer Bubble steckt, beschreibt es am besten. Weil ich hatte zum Beispiel, wo du es gerade sagst, mit einer Wife, die eine junge Zielgruppe so abgrasen, die wir gar nicht mehr so krass auf dem Schirm haben, weil es bei uns einfach nicht stattfindet und weil wir es selber auch nicht konsumieren. Und zwar kam ich letztens auf den Kanal, wo ich mich gefragt habe, was macht ein Fresh Torka eigentlich? So, da habe ich nachgeschaut und der Typ ist immer noch am Ballen. Hast du mal auf dem Kanal geguckt, was der noch für Klicks wäre? Ja, ja, der macht so 400.000 Durchschnitt oder so. Wo ich sage, hä? Also das hätte ich nie gedacht, aber der findet einfach in unserer Altersgruppe nicht mehr statt. Mir kam da so in den letzten Wochen eher auf den Schirm, weil seine Zielgruppe ist da total zerrissen. Das finde ich ja spannend zu beobachten, weil er hat erstmal sehr junge Zuschauerschaft, aber bei ihm gehen auch so die ab 40 Leute, so mit den Reels, mit dem Vertical Content, den er produziert und mit seinen Sketch-Sachen. Der schallert voll in diese ältere Zielgruppe rein, die jetzt langsam so mit der Zeit, ich sag mal, später in diese Digitalisierung reinkam, aber dann durch die Kinder so, ich sag mal, sensibilisiert wurden. So, und meine Eltern sind ja mittlerweile auch, die gucken auch auf Instagram, ja, was gibt es denn da so für Content? Und so, ach ja, irgendwie ein lustiger Hund, der seinen Schwanz jagt oder was weiß ich. So, und dann hast du da Marianne und wie sie alle heißen von Fresh Torge, irgendwelche Sketch-Clips. Und ich höre einfach nur, wie meine Mutter sich in der Küche scheckig lacht. So, das ist halt so abgefahren, weil man sich dachte, ey, Fresh Torge, man, das habe ich so vor... Längst tot geglaubt. Das habe ich vor 13 Jahren so gefeiert, ich sag, ja, Fresh Torge, ey, der ist für mich Legende, weißt du? Weil das ist so, ähm, auch einfach, ich habe das Gefühl, früher war es auch noch viel regionaler gebunden, das war so, ich sag mal, wenn ich in Schleswig-Holstein so aufgewachsen bin, wir hatten so Hamburger Hänger, gab so Fresh Torge, Gesundheit, und sonst gab es gar nicht so viel bei uns. So, da gab es auch später halt abgekoppelt von Hamburger Hänger, natürlich so Alberto, Flying Uwe, ähm, dann Shang, äh, etc. Und dann kam später noch Montana Black dazu, Micky, die ganze Streamer-Bubble. So, das war, das hat so den, den norddeutschen Content-Creator-Raum ausgemacht. Stimmt, und noch Felix von der Laden halt, der damals noch im Lübeck gewohnt hat. Und das war für uns dann so dieses, äh, okay, krass, das sind so unsere Heroes. Und man hat dann natürlich vereinzelt noch so eine Coldmirror mitbekommen. Y-Titty, so die damals, die großen, die großen waren. So, ich erinnere mich noch zurück, als in LeFloyten ein Video gemacht hat, hey, ich habe jetzt die 6.000 Abonnenten erreicht, und das war utopisch, so. Und jetzt sind wir halt, äh, dass wir halt meinen, okay, ja, 100.000 ist jetzt gar nicht mal so viel. Das ist, das, das, da hat sich einfach wahnsinnig viel gewandelt, und daran merkt man ja auch, wie dieser Markt sich so immens entwickelt hat. Ja, und es gibt mehr Interesse aus alten, bestehenden Medien, irgendwie was von dem Social-Media-Teil abzubekommen. Creator-Serienproduktion, Live-Produktion, was auch immer. Aber müssen sie auch. Genau, müssen sie auch. Ähm, und das ist cool. Das gibt mehr Möglichkeit, das gibt mehr Content, ähm, wenn man sich die Dichte an Live-Events anguckt, die jetzt in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Wahnsinn. Das ist völlig verrückt. Das ist fast keine Besonderheit mehr, wenn Trimax ein Bundes-Streamer-Spiele-Event macht. Das ist völlig verrückt, wie viel Zeug es gibt. Und nochmal kurz zurück, ähm, auf das, Max und ich arbeiten so viel, ich glaube, das bekommt man vielleicht als du mit, der hier ist, weil wir das so machen, ähm, aber die Streamer, wie nen Kevin, wie nen Basti, wer auch immer, die sind acht Stunden am Tag live und müssen parallel noch Podcast machen, auch Basti muss seine Videos koordinieren. Voll. Das ist so unglaublich viel Zeug, was die machen. Ich bin neulich in seinen Twitch-Chat gegangen, nur um das beantwortet zu bekommen. Wie machst du das? Wie sieht dein Tag aus? Und bei all diesen Leuten, die ich gerade aufgezählt habe, ist es so, aufstehen, frühstücken, arbeiten, 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 essen, arbeiten, 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 schlafen. Ja. Ähm, es gibt für nen Großteil der Leute, egal was du machst, egal ob Streaming, egal ob YouTube, bestimmt auch ne Menge Shorts Leute, bei denen das so ist, es passiert nichts außer Content-Produktion in deren Leben. Da muss man Bock drauf haben, aber ich glaube, davon gibt's echt viele. Aber es ist gerade interessant, weil du's sagst, weil ich hab, wo du's gerade so erzähltst, so ein bisschen versucht zu reflektieren, wie das war zu meinen Twitch-Zeiten, wo ich dann auch richtig, richtig im Saft stand und richtig viel gemacht habe. Es ist, ich glaube, wenn man, man neigt gerade als Twitch-Streamer sehr schnell dazu, in dieses Hochstapler-Syndrom reinzurutschen, dass man sich sagt, ja okay, ich hab gerade, ich sitz eigentlich hier und spiele, aber das, was du gerade machst, ich meine, du moderierst einen ganzen, äh, einen Kanal durch, ist ja nicht nur, dass du Stunden da sitzt und einfach nur daddelst, sondern du moderierst quasi eine eigene Live-Sendung, das jeden Tag und wenn ich nen, angucke, was denn Kevin macht, nen Pensum, wie der sich hinsetzt und zehn, zehn Stunden am Tag, jeden Tag durchprügelt. Wirklich aktiv, ne, mit Gedanken, mit Content-Planung, mit weiß ich nicht was. Und das war für mich damals schon so absurd und ist auch mittlerweile schon wieder für mich so undenkbar. Vielleicht ist es gar nicht der Punkt, dass man, dass man sagen muss, die arbeiten weniger, die arbeiten einfach nur anders. Ja. So, und, äh, ich habe, ich war zum Beispiel immer an dem Punkt, dass ich sage, ja, eigentlich ein total geiler Job, so viel mache ich gar nicht, aber am Ende, am Ende des Tages war es trotzdem Draining. So, man war trotzdem irgendwie am Sack und man fragte sich so, ja, ich könnte doch eigentlich noch viel mehr schaffen, ich könnte eigentlich noch viel mehr machen, ich könnte noch viel mehr hinkriegen, aber das war zu dem Zeitpunkt das Pensum, was mir möglich war. Ja. So, und, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier diesen Podcast mache und viele, viele mögen das gar nicht glauben, aber das, das meiste, was so YouTuber arbeiten oder Content-Creator arbeiten, ist ja, beziehungsweise der kleinste Teil davon ist das ja, was am Ende zu sehen ist, sondern es ist ja vielmehr noch der ganze Hintergrund-Scheiß. So, ich meine, wir müssen, klar, im Endeffekt jeder muss seine Steuern machen, aber es gibt noch so Projektkoordination, äh, hier beispielsweise für die Corner muss ich Drehs planen, äh, im Optimalfall dann für die Zukunft, dass wir halt zu den, zu den jeweiligen Interviewpartnern oder, oder Interviewgästen halt in die Städte fahren, damit wir da nochmal so personalisierte Spots finden können, um dort zu drehen. Äh, das ist ein riesiger, riesiger logistischer Aufwand. Auch hier mit dem ganzen Kram. Ich meine, wir schleppen hier so viel Scheiß mit uns rum, so, und das, das geht noch in der Verhältnismäßigkeit, gerade wie es jetzt ist, aber wenn du es auf, auf so größere Produktionen rechnest, die immer am Rumtouren sind und immer, immer überall in verschiedenen Orten aufnehmen, ist das schon immens. Und wie sich diese ganze Szene auch so professionalisiert hat und wie viel Kohle da mittlerweile drin steckt, sehe ich jedes Mal, oder denke ich mir jedes Mal, wie irre das eigentlich ist, zum Beispiel diese, diesen, so ein Illigella Cup oder ein Trimax Box Event, wenn du alleine, ich meine, wir, wir kriegen ja so ein bisschen die Insights, das ist ja jetzt nicht so unbedingt öffentlich, oder teilweise sprechen sie ja öffentlich drüber, aber wenn du dir mal die Unsummen anhörst, was da rausgeknallt wird und da haben viele gar nicht so den Bezug zu, einfach nur so ein Stadion vollzuhauen, dann das alles mit den, mit Live-Produktionen möglichst gut abzudecken, dass du eine richtig gute Experience hast vor Ort, als auch für die Leute zu Hause, ist unendlich teuer, weil da sind natürlich auch Unmengen an Leuten dabei, die bezahlt werden wollen, da musst du die Ticketpreise rankriegen, musst du ein Event aufstellen, was so gut strukturiert ist oder logistisch so gut funktioniert, dass da irgendwie nichts schief geht, weil wenn da einmal nur eine kleine Stellschraube hängt, so dann, dann kann das das ganze Projekt kosten. Ja, das ist halt das Ding, also desto größer die Projekte werden, desto weniger rentabel sind sie in den meisten Fällen und desto mehr Prestige ist das. Also geht es einem Eli oder einem Trimax darum, möglichst schnell, möglichst einfach oder einfach möglichst viel Kohle zu verdienen, dann sind in den meisten Fällen all diese Events gar nicht der Weg. Das ist vielmehr um tatsächlich irgendwelche Specials für die Community zu schaffen. Und genauso mit YouTube-Projekten und irgendwelchen Dingen. Desto größer das wird, desto mehr man das minmaxen will, desto geiler der Content wird, desto weniger rentabel ist es. Und das verstehen ja viele gar nicht mal so unbedingt. Weil da gab es zu diesem Eli Geller Cup ja diese Diskussion, ich weiß nicht, ob du sie mitbekommen hast, wo es dann losging. Da hatte sich ein Eli in einem Stream drüber echauffiert oder drüber geredet, dass manche Managements ankamen und sagen, ja die Creator, die man eingeladen hat für diesen Eli Geller Cup, da fangen die Managements jetzt an zu fordern, ja wir wollen hier erste Klasse und wir wollen Gagen haben und so weiter und so fort. Und ich sag mal, jeder, der so ein bisschen den Einblick hat in diese ganzen Events, weiß, dass es, erst mal ist es super teuer, keine Ahnung, du lädst dir 36 Creator oder so ein, jeden mit Gagen zu bezahlen, erst mal alle unterzukriegen adäquat. Und so jeden Hotelzimmer, das bist ja dann im Endeffekt schon bei alleine, wenn wir es doch ganz entspannt rechnen, ist locker bei 40.000, 50.000 Flocken, die du einfach nur für die ganze Truppe ausgibst, damit die alle da übernachten können und essen können. Also ich habe diesen Clip jetzt nicht mitbekommen, was ich aber sagen muss, was ich unheimlich nice finde, ist, dass das in der Szene so läuft oder dass es alles noch ohne Gagen läuft. Ja, ja, eben. Will ich auf einen Sonntag, an dem ich vielleicht sonst einfach nur im Büro rumgesessen hätte vor dem Rechner, habe ich da Lust, ein bisschen Sport zu machen und ein bisschen vor der Kamera zu stehen, dann fahre ich halt zum Bundestreamer-Event. Mir ist klar, dass das kein riesen Cash-Grab von irgendeinem der Leute ist. Ich kann mir einen schönen Tag machen, da zu dem Event gehen, genauso beim Illigella Cup. Willst du dabei sein, komm dahin. Willst du nicht dabei sein, komm nicht dahin. Ich bin froh, wenn es auf dieser Ebene bleibt und nicht überall unter Kollegen bei verschiedenen Projekten irgendwelche Gagen gefordert werden. Das macht das alles deutlich weniger entspannt und lässt das so TV-ig werden. Also ich liebe, dass das alles ganz entspannt kommt da hin oder nicht und dann sei vor der Kamera oder nicht so läuft und das irgendwie entspannt ist. Und das liebe ich noch gerade an dem Stand, in dem wir gerade sind mit dieser Szene, ist auch, was ich halt gerade auch erfahren, dadurch, dass wir jetzt halt diese Corner produzieren, ich meine, müsste ich drüber reden, so ist es jetzt Rundfunk finanziert. Aber nichtsdestotrotz finde ich es immer so schön zu sehen, dass das Content Creator, die ich hier einlade, wie beispielsweise du, auch einfach hier beim Aufbau so mithelfen, obwohl sie nicht müssten. So weißt du, du stellst dir auch hin, stellst dir die Kamera auf, wo ich mir einfach so, ey, wie nice ist es eigentlich, dass man noch so eigentlich kollegial unterwegs ist und sie sagt, ja, warum sollte ich da nicht einfach mithelfen? Und das ist auch genau die gleiche Dynamik wie beispielsweise bei diesen Events, bei dem, was ein Trimax macht, bei dem, was ein Elie Geller macht. Ja, ein Kumpel oder ein guter Kollege fragt halt, hey, willst du da mitmachen? Ja, gar keine Frage, natürlich, klar. So, weil das halt auch einfach geil ist. Natürlich ist es dann in der Messung, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, wir machen das große, das Streamer-Eiskunst-Laufen, würde ich auch sagen, ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt unbedingt so Lust drauf habe. Aber wenn du halt Punkte hast, so Aktivitäten, die werden gestreamt, für die Leute draußen ist es geiler Content, für dich ist es ein cooler Tag und du triffst dich, weil jeder sich mal die Zeit nimmt, wie so ein kleines Klassentreffen und deswegen freue ich mich auch immer über die Gamescom. Die Veranstaltung an sich, das war eigentlich relativ bumms. So, aber dass jeder sich mal die Zeit nimmt, auf diese Aftershow-Partys zu gehen oder sich mal irgendwie die Zeit nimmt, wenigstens eine Woche im Jahr, dass alle in einer Stadt sich irgendwie befinden und dass man sich irgendwie sieht, sei es auf Partys, sei es in irgendwelchen Logen, wo dann die Creator alle rumhängen. Oder einfach auf der Messe. Oder auf der Messe an sich. So, das ist halt einfach geil, weil man läuft sich über den Weg, klar, man quatscht mit jedem mal so ein, zwei Minuten, aber alleine das, was ich gesehen habe, das hält diesen ganzen Laden, der sich so deutscher Internet-YouTube-Kosmos nennt, hält den irgendwie zusammen und ich finde die Dynamik einfach super schön, weil alle, es sind so unterschiedliche, verschiedene Charaktere. Ich meine, du hast einen anderen Background als ich, wir machen total unterschiedliche Sachen, aber trotzdem versteht man sich durch diesen einen gemeinsamen Nenner Social Media und das ist voll geil. Wir kennen uns jetzt auch irgendwie seit, genau, gerade mal zwei, drei Jahren. Aber ich liebe das total gerne und auch seitdem ich in Köln bin, wir sehen uns auch gar nicht so häufig, aber jedes Mal ist es halt geil. Weil jeder halt so seinen Kram macht und jeder hat seinen Kram zu tun. Aber jeder gibt dem entsprechend auch mal Respekt, so wenn irgendwie jemand was Geiles raushaut, irgendwie ein geiles Video raushaut oder ein geiles Content-Peace, so da kriege ich beispielsweise, wenn ich wirklich zurückdenke, dass ich die Corner gestartet habe. Und das Ding ist dann unter den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegangen, wie viele Nachrichten ich alleine von anderen Content-Creatoren bekommen habe, die halt geschrieben haben, hey, ultra cool, dass du da die Möglichkeit hast, dass sich das ergeben hat, weil es mir natürlich auch nochmal mehr Freiheiten gibt. Und diese Dynamik zu haben, ist einfach was wahnsinnig Schönes, finde ich. Weil man merkt einfach, okay, klar, haben wir auch Arschlöcher in der Szene. So, wirst du auch kennengelernt haben, werde ich auch kennengelernt haben. Um ehrlich zu sein, habe ich die nie kennengelernt. Ehrlich? Ja, ich habe noch nie einen einzigen Disput mit irgendjemandem gehabt. Okay. Das Ding ist, ich glaube, dass viele Leute, sagen wir, ich treffe jemanden auf einem Event und der ist so zu mir, ja, was geht, hi, dreht sich um. Dann nehmen viele Leute das immer direkt so persönlich. Aber vielleicht juckt denen einfach nicht, wer du bist und was du machst. Ja. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ja. Und genau so habe ich das auch aufgefasst, wenn jemand so zu mir gesagt hat, so, ja, was geht, hi, schönen Tag. Ja, ja. Bro, denen juckt das halt einfach nicht. Ja. Und das ist natürlich schwierig zu akzeptieren. Aber es ist auch an sich nicht schlimm. Genau, es ist überhaupt nicht schlimm. Und das ist vielleicht schwierig zu akzeptieren, wenn du seinen Content mega geil findest und ihn als Person mega interessant findest. Aber es hat noch nie jemand, von dem ich weiß, schlecht über mich hinterm Rücken geredet, sich irgendwo zwischengestellt, irgendwas gemacht. Also, vielleicht habe ich da auch einfach nur Glück. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Punkt, weil du dich viel aus so Gossip-Scheiß auch raushältst. Ja, weil mich das halt auch nicht interessiert. Eben, eben. Und da bin ich halt auch so mittlerweile an dem Punkt, dass ich mir halt so sage, ich meine, ich bin halt einfach viel, viel draußen unterwegs, immer viel vernetzt und rede mit vielen Leuten. Natürlich kriege ich aber die eine oder andere Sache mit und ich hatte auch, ich sage mal, nicht immer nur gute Erfahrungen mit anderen Content-Creatoren. Aber dann sage ich mir halt, ja, sei es drum, die machen ihren Kram, ich mache meinen Kram. Und dann beschäftige ich mich nicht weitergehend mit den Leuten. So, weil dann beruht das auch wahrscheinlich im Regelfall so auf Gegenseitigkeit. Und dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man dann irgendwie nicht cool miteinander ist. Ich meine, das ist ja auch wieder der Punkt, den ich sagte. Wir haben so viele unterschiedliche Charaktere. Vielleicht geht es dann auch bei manchen einfach nicht. Und dann ist es auch gar kein Thema. Aber bei den meisten, muss ich sagen, ist eigentlich immer sehr, sehr angenehm, immer sehr, sehr freundlich. Und ich hatte auch teilweise schon so Situationen, wo ich weiß, ey, das, was die Person macht an Content, kann ich so zero mit anfangen, gucke ich auch nicht, ist nicht meins. Ey, aber das sind geile Leute, weißt du? Und das ist immer, das ist so eine Überraschung, beziehungsweise man hat auch oftmals so eine Auswahrnehmung, dass man sich sagt so, ich glaube, jemand, der das viel erlebt, ist so ein Philo. Dass viele so sagen so, oh ja, weiß ich nicht, den finde ich schwierig. So, aber dann lernen sie ihn persönlich kennen und merken, ey, der Typ ist eigentlich voll die Maus, ist eigentlich voll der Atze. Absolut, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ein Philo in dem Fall Leute auch online accountable hält für das, was sie tun. Und der hat halt keinen Bock, Ding A zu sehen, Ding B zu sehen. Keine Ahnung, hat vielleicht keinen Bock auf Glücksspiel in Streaming und sagt das dann, was auch immer. Und so entstehen dann die Reibungen, die vollkommen okay sind, ne? Und weswegen dann Leute vielleicht bei einem Philo Schwierigkeiten haben, den dann so erstmal kennenzulernen oder was auch immer. Oder ein großes Beispiel, den ich in der vorletzten Folge dabei hatte, ein Tanzverbot. So, der ja auch viel angeeckt ist und wo wahrscheinlich auch viele anfangs dachten, als er dann auf die Events gekommen ist und er das erste Mal so vor die Tür gekommen ist, okay, Tanzverbot hier mit den Ansagen und so, weiß ich nicht, ob ich da so Bock drauf hab. Aber der hat sich ja total, ich sag mal, akklimatisiert mit dieser ganzen Szenesituation, ist ja auch voll angekommen. So, und ich glaube, da helfen halt solche Events wahnsinnig, wahnsinnig gut mit. Genau, und das Ding ist, in meinem Fall, meine persönliche Meinung hat in meinem Social-Media-Auftritt überhaupt keinen Platz. Ich mach meinen Content und ich als Person bin quasi austauschbar vor der Kamera. Ich probiere immer möglichst einen Content-Fokus zu haben und nichts mit Persönlichkeit. Es hat noch nie jemand meine Wohnung von innen gesehen. Das heißt, es gibt nichts Privates von mir. Aber das finde ich spannend bei dir. Ich rede nicht über Beziehungen, ich rede nicht über das. Und genauso wenig schreibe ich einen Tweet, wo ich sage, ich persönlich finde das scheiße, was du machst. Und das führt am Ende dazu, dass ich mit jedem vollkommen d'accord bin, weil das einfach in meiner Welt keinen Platz hat. Das heißt aber nicht, dass das der richtige, der einzige richtige, der falsche Weg ist, wie auch immer. Das ist einfach dein Weg. Genau, das ist mein Weg. Und das führt dazu, dass ich halt mit allen mega gut klarkomme. Eben, und das fand ich zum Beispiel sehr schön in dieser Situation, wo wir diese Video-Days hatten. Ich sag mal, das Projekt Video-Days war ja, ich sag mal, eine denkwürdige Veranstaltung. Aber du hast ja auch unter anderem gewonnen. Und man hat halt richtig gemerkt, in diesem Raum auch bei den Tomato-Links, weil ich glaube, ihr seid euch in der Art und Weise, wie ihr quasi euren Content aufbaut. Und zwar, dass ihr Fokus auf Content legt und viel mehr sekundär auf die Persönlichkeit dahinter. Wie gesagt, man weiß über euch beide gar nicht mal so viel. Und das ist ja auch ein bisschen die Idee hinter Hank's Corner, aber das erzähl ich gleich nochmal. Aber ihr seid dann quasi in der Situation, ihr gewinnt und jeder gönnt euch das. Das fand ich so geil zu sehen, weil jeder weiß, da, wo dieser gerade, in den Händen, in denen sich dieser Preis gerade befindet, der überreicht wurde, da ist er genau richtig. Weil jeder weiß, egal, wie Dave Privat sein mag oder nicht sein mag, das ist scheißegal, hier geht's um Content. Und jeder weiß, das, was er gemacht hat, ist einfach gut. Danke. Ist einfach sehr, sehr gut. Und das finde ich einfach so eine elegante Art und Weise, wie ihr quasi immer damit umgeht, mit Öffentlichkeit. Es ist zumindest sehr stressfrei. Voll. Es ist zumindest sehr stressfrei. Alter, wir schließen uns, ich glaube, das ist bei einem Tomato-Links auch so. Ja. Man schließt sich ein, man hat sein Team, man bastelt an den Videos rum und das war's. Ja, aber man hält sich auch, und das ist nicht mal unbedingt negativ, man hält sich auch weitestgehend rar von den meisten Sachen. Ja, und das ist nicht mal, weil man sich rar halten will, sondern weil man nicht die Persönlichkeit ist, die durch Witz vor der Kamera überzeugt. Ja. Ein Tomato-Links funktioniert genauso wie ich überhaupt nicht in einem Jahr, nein, nicht, äh, von einem unsympathisch-TV. Ja. Wir funktionieren auch nicht besonders gut bei einem Streaming-Event. Das, wer wir sind, juckt niemanden. Das juckt niemanden. Der Content juckt Leute, aber wir als Personen sind völlig scheißegal für die Leute. Und das ist der perfekte Spot, in dem ich und ein paar andere Leute auch noch sind. Alter, wir gehen auf die Straße und das juckt niemanden, dass wir da sind. Da läuft einer und sagt, hey, geile Videos, ja, danke, vielen Dank. Gehst feiern, kommt einer, stößt an und sagt, ey, ich feiere, was machst du? Ja, vielen Dank. Das passiert an einem Abend, wo ich rausgehe, dreimal. Ja. Und das ist, keiner will ein Foto. Aber meinst du, das ist so ein Köln-Ding, weil einfach die Leute hier, das erlebe ich auch, die Leute sind einfach used to it, dass hier so viele Influencer rumrennen und erlebst du es in anderen Städten anders? Ich erlebe es in anderen Städten anders, aber gehe ich mit einem Kevin raus, ne, den feiern die Leute, Kevin überzeugt, der ist halt einfach ein übelst geiler Typ. Ja. Und der überzeugt mit Persönlichkeit. Der ist acht Stunden live, der kann gar keine Maske anhaben. Nee, das geht nicht. Über den Zeitraum geht es nicht. Genau, der muss real sein. Das bedeutet, die Leute, die den treffen, wissen, weil sie 500 Stunden Papa Platte konsumiert haben, das ist ein geiler Typ und ich vertrete irgendwie dieselben Werte, treffen den und denken, Alter, wie geil, dass ich den getroffen habe. Mach ein Foto, ich will das irgendwie festhalten. Das passiert bei mir alle sieben Pfingsten. Ach, ehrlich? Ja, das juckt niemanden. Ich hätte es bei dir tatsächlich mehr gedacht. Nee, also klar wird man erkannt, aber das juckt niemanden. Und das ist das perfekte Ding, weil da wirst du gar nicht auf die Person reduziert oder das, was du denkst oder was du machst, sondern die Leute sagen, ja, geiler Content, ja, vielen Dank. Also du wirst quasi auf das runtergebrochen, was dir tatsächlich am wichtigsten ist an der Resonanz und zwar nicht so von wegen, sagen wir, ach, du bist so ein geiler Typ oder du siehst so toll aus, sondern das, was du machst, ist sehr, sehr gut. Genau, das Video ist cool. Die zehn Minuten, die du gemacht hast, waren gute Idee, gut geschnitten, gut gedings, das macht mir Spaß, vielen Dank, guter Content. Perfekt, das ist das Einzige, was ich brauche. So, und das führt halt dazu, dass ich, dass die Leute, bei denen das so ist, überhaupt keinen Personen-Hype haben. Das bedeutet auch überhaupt gar nicht die Einschränkungen haben, die Leute haben, die mit Persönlichkeit überzeugen. Wie einen Kevin, der nicht feiern gehen kann, ohne dass der irgendwie beobachtet wird oder dass viele Leute den ansprechen oder was auch immer. Das erlebe ich halt, ich meine, ich bin jetzt mit Kevin schon seit gefühlt über sieben Jahren unterwegs. So, das erlebe ich halt immer häufiger und ist auch, ich sag mal, in den letzten Jahren natürlich mit wachsender Prominenz immer heftiger geworden. Vielen Dank. Und dass die Leute auch teilweise einfach überhaupt nicht aware sind so für die Situation, wenn man einfach mal, keine Ahnung, man sitzt im Meckes, so hat noch irgendwie den halben Ketchup im Gesicht hängen. So, und die Leute laufen halt, laufen halt so an einem vorbei, weißt du? Wo man sagt so, hm, Jungs, ich check, ihr versucht das möglichst so unauffällig zu gestalten, aber man bekommt da teilweise schon so einen Blick für und das fühlt sich dann auch immer so ein bisschen befremdlich an. Ja, aber... Aber pass auf, wo ich mir selber dann sage, hey, willst du das überhaupt? Willst du dieses Level an Prominenz? Und ich sag mal, bei einem Kevin-Geeks-Verhältnis, weiß ich nicht noch, aber wenn ich zurückdenke an den Simon Unger, als er noch in Deutschland gewohnt hat und auch seine Dreadlocks hatte, da kann man nicht sagen, der ist nicht aufgefallen. So, und Simon Unger ist voll aufgefallen. Oder ein Montana Black oder was weiß ich. So, und in dem, die Prominenz in der Größe stelle ich mir stellenweise wirklich, wirklich anstrengend vor. Ja, mit Sicherheit. Ich bin auch extrem froh, dass es nicht so ist. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch denken, jeder Einzelne, der den trifft, das juckt denen nicht, ob Kevin gerade schlecht drauf ist. Die Leute haben 500 Stunden Papa Platte-Content geguckt und das ist dann der eine Moment, wo die einmal in ihrem Leben den treffen. Ja. Da ist die Gewichtung von, wie wichtig ist das Treffen für, jetzt mal Kevin als Beispiel raus, ich nenne den die ganze Zeit, wie wichtig ist das für die Person aus dem Internet in dem Moment und wie wichtig ist das für den Zuschauer, der sich über Jahre und weiß ich nicht was mit der Person identifiziert und da kann man es den Leuten auch nicht übel nehmen. Schwer auf jeden Fall, ja. Oder schwer übel nehmen, dass sie echt gucken und echt geflasht sind oder weiß ich nicht was ist. Das hat alles seine Grenzen, keine Frage. Ja, klar, klar, klar. Das ist einfach, was ich gut verstehen kann, weil ich selber in der Situation bin, wenn ich jemanden sehe, den ich richtig krank abfeiere, das ist einfach cool. Ja, ist auch so. Jemanden dann mal zu sehen, den man lange verfolgt hat. Und ich versuche dann in solchen Situationen, bei mir kommt es nicht so häufig vor, machen wir uns nichts vor, aber wenn ich in so einer Situation bin, versuche ich auch immer, egal, ob mich gerade irgendwas nervt oder ob mich gerade irgendwas bedrückt, ich versuche immer nett, möglichst nett zu den Leuten zu sein, weil ich sage, hey, guck mal, durch diese Menschen ist es mir möglich, das zu machen, was ich machen kann. Und die sehen mich jetzt, aber jetzt einmal sind sie in der Situation, dass sie mich zufällig irgendwo getroffen haben und dann will ich auch einfach, dass sie den bestmöglichen Eindruck haben. An sich ist es mir relativ rille, ob mich jetzt einer mag oder ob mich jemand nicht mag, aber jemand, der mir schon vom Grundsatz her, aufgrund dessen, wie die Außenwahrnehmung ist, mir schon wohlgesonnen ist, den will ich dann jetzt nicht abfacken. Da will ich jetzt nicht sagen so, ach ja, nee, komm, geh mal weiter oder sowas, sondern da sage ich, hey, da freue ich mich drüber oder das holt mich vielleicht sogar aus so einer, ich sage mal, aus einem genervten Gedanken wieder raus, dass ich jetzt sage so, ey, ja, eigentlich ist doch alles gut, eigentlich ist doch alles gar nicht so schlimm, weil es gibt immer noch so viele Leute, die respektieren und feiern, was du machst und kulten das irgendwie hoch, finden das cool. Und ich sage mir dann, ja, dann, ey, der sieht mich einmal, komm, das tut mir jetzt nicht weh, mal kurz mit dem zu quatschen. Und dann nimmt man sich auch gerne die Zeit. Und das Ding ist, man kann natürlich auch übelst in solchen Situationen durch das eigene Auftreten kontrollieren, wie entspannt die Situation ist. Also bist du einfach normal, wie du halt bist, denkst nicht, okay, ich bin jetzt der Influencer und der will ein Foto oder keine Ahnung was. Bist du wirklich einfach normal zu denen, sagst, ey Jungs, was geht, quatscht kurz mit denen, einfach eben vorbeigehen. Dann ist das halt so, wie es sein sollte. Einfach ein Treffen, so die sagen, ja, cooler Content. Man sagt ja, vielen Dank, dass du dir den anguckst. Das ist halt geil. Und dann, dann, man kontrolliert, also ich glaube, dass Social Media Leute irgendwann oder allgemein Leute, die angesprochen werden, irgendwann dann so abgewichst sind davon und das so schnell abhandeln wollen und dadurch erst so ein Ding entsteht von, oh, das ist der Influencer oder das ist der Zuschauer und so ein Unterschied entsteht. Am Ende sind das einfach irgendwelche Leute, die genau das Gleiche machen, ne, einfach leben, ganz normal sind und man hat das so ein bisschen selber in der Hand, wie unangenehm die Situation wird oder wie man sich selber darstellt, wenn man einfach korrekt mit den Leuten ist. Das ist, glaube ich, es ist auch immer so, immer nur das Beste. Ey, wir haben jetzt voll viel über das ganze Social Media Wabbel-Thema geredet und ich komme gar nicht hier richtig zum Ziel, so dich mal im Gesamten so zu beleuchten. Was war eigentlich so, und dann würden wir das auch noch mal ein bisschen abholen, was war eigentlich noch so weitestgehend so dein Background? Weiß man überhaupt so, wie viel weiß man eigentlich über dich? Man weiß echt nicht so viel, oder? Ein bisschen was habe ich schon erzählt. Ich komme aus einer relativ kleinen Stadt zwischen Köln und Frankfurt, aus Siegen. Siegen? Aus dem Siegerland? Aus dem Siegerland. Das ist jetzt nicht weiter... Nicht quasi spannend, normal aufgewachsen. Genau, ganz normal aufgewachsen, dann nach Berlin gegangen, dann nach Köln, immer der Traum gewesen, jetzt mega happy in Köln und jetzt mache ich halt dieses Ding. Kannst du dir vorstellen, in Köln noch zu bleiben oder würdest du noch irgendwo anders hingehen? Ich kann mir vorstellen, irgendwann, wenn ich Familie gründe, vielleicht ein bisschen weiter in den Süden von Deutschland. Echt? Eher südlich? Ja, eher südlich. Einfach wegen Wetter, Anbindung zu Sachen, keine Ahnung, eine halbe Stunde südlich von Frankfurt, irgendwo nach Hessen oder Baden-Württemberg oder so. Richtig schönes Allmann-Spießerleben mit ein paar mehr Sonnenstunden als hier oben. Das kann ich mir vorstellen, aber ich bin mega happy in Köln. Ich habe keine Pläne, wegzugehen. Wie lange bist du überhaupt schon hier? Seit 2018, also 2019. Vier Jahre jetzt. Boah, krass. Das geht eigentlich. Und du bist dann direkt von Berlin hierher. Genau. Geil. Ja, ultra krass. Aber du hast Abitur alles ganz normal gemacht, ne? Abitur gemacht, Studium abgebrochen. Ja, ja. Keiner Lebenslauf. Und jetzt YouTube-Videos. Warte, du hattest doch, warte, war das bei dir? Du hattest doch, hast du den französischen Pass sogar? Ja, genau. Meine Mutter kommt aus Frankreich. Der auch geil. Mein Vater ist aus Deutschland. Deswegen habe ich doppelte Staatsbürgerschaft. Bringt nix. Ich spreche auch nicht französisch. Im Endeffekt ist es auch einfach nur ein EU-Pass. Genau, ja. Wenn es irgendwann mal knallen sollte, weiß ich nicht, kann ich nach französisch Guayana abhauen oder was. Aber ansonsten, das ist... Hat man da weniger Steuern, weiß man das? Das weiß ich nicht. Bestimmt, oder? Frankreich bestimmt nicht. Nee, Frankreich nicht. Aber... Das ist auch so ein Ding, dieses... Ich habe... Natürlich spielt man mit dem Gedanken irgendwann mal, oh, Deutschland so teuer und so weiter, ne, mit Steuern. Ich feiere Köln so sehr, mich kriegen hier keine sieben Pferde weg. Ne, das... Pass auf, ich habe nämlich auch... Ich habe auch häufig den Gedanken so mit Deutschland. Ja, klar, das kostet alles hier Geld und Steuern etc. pp. Aber ich denke mal auch, jetzt kommt so ein bisschen die... die Sicherheits... Sicherheitsmethodik. Ich bin einfach der Meinung, so gerade auch mit meinem gesundheitlichen Background und so, ich muss auch hin und wieder mal zum Arzt und so einen Scheiß. Digga, das ist in Deutschland einfach... Es ist super strukturiert. So, es ist... Ich... Manchmal verfluche ich sie und manchmal feiere ich sie einfach diese... diese deutsche, bürokratische Abgeklärtheit, dass alles irgendwie geregelt ist. Also ich habe das Gefühl, das ist das Positive und das Negative in Deutschland. Es gibt für alles eine Regelung, für alles einen Ablauf und das Negative ist, dass es für alles einen Ablauf gibt. Und das macht so vieles... Kommt einem so kompliziert vor, aber es ist auch irgendwie gut, dass es so ist, weil dann gibt es keinen Diskussionsspielraum, keinen großartigen. Weißt du, ich musste mir dann nicht irgendwie die Gedanken machen, ja, wie kann ich das jetzt bezahlen mit meinem... Oder wie rechne ich das jetzt ab mit meinen Medikamenten, die ich hole? Wie läuft das jetzt mit der Krankenkasse? Nee, das ist alles strikt reguliert. Ich gehe zum Arzt hin, hole mir mein Rezept. In meiner Krankenkasse ist vorgegeben, ja, du kriegst das von dem und dem Hersteller im besten Fall, am günstigsten. Und dann ist es mir scheißegal, gib her das Zeug und ich knall es mir jeden Morgen rein. Völlig fein. Und im Endeffekt ist ja der Trade eine gute Struktur für hohe Steuern. Und dann gehst du, weiß ich nicht, dann gehst du irgendwie nach Portugal oder auf irgendeine Südinsel, wo es halt günstiger ist, steuerlich zu leben, aber dann hast du diese ganzen strukturellen Vorteile, die Deutschland halt so mit sich bringt, hast du dann einfach gar nicht mehr. Weißt du, dann dauert es halt mal ein bisschen länger, dass der Krankenwagen kommt und so. Oder ich sage dir ehrlich, im höheren Alter, wenn ich mal irgendwie in meinen 70ern, 80ern bin, habe ich keinen Bock, ein bisschen länger auf den Krankenwagen zu warten, weißt du. Dann ist das völlig, völlig in Ordnung, dass ich irgendwo in Schleswig-Holstein an der Ostsee sitze und dann... Da braucht der Krankenwagen, um ehrlich zu sein, aber auch ein bisschen länger. Ja, ja, aber dann braucht er nicht eine Stunde oder eineinhalb Stunden, sondern dann kommt er halt in 20 Minuten, das ist auch voll okay. Das ist voll okay. Das haltet ihr doch aus. Was ich denke, ist, dass die Kollegen von uns, die nach Madeira gegangen sind, zu großen Teilen wirklich hingegangen sind, weil sie da sein wollen. Denke ich auch. Antonia ist da, weil sie da sein will. Simon ist da, weil er da sein will. Die wollen einfach auf der Insel sein. Die haben halt keinen Bock auf Deutschland. Für die war das viel weniger an der Entscheidung wegen Steuern und so. Aber für mich ist es, trotz der Steuer, auf jeden Fall eine aktive Entscheidung in Deutschland zu bleiben, weil ich Köln einfach übelst feiere. Für mich war ja, als ich immer im Streamgame war und da habe ich das erste Mal Simon besucht auf Madeira, das erste und einzige Mal und da war ja auch so ein bisschen die Idee, weil wir so drüber gequatscht hatten, so, ey, vielleicht gehst du auch mal rüber oder probierst das aus dort. Aber ich fand diesen Gedanken so befremdlich, obwohl ich gar nicht mal mehr Fahrzeit hätte, wenn ich jetzt in Relation zu dem, wenn ich jetzt in Köln wohne oder auf Madeira wohne, der Weg nach Hause wäre von der Zeit her, vom Zeitaufwand derselbe, so, aber dieser Gedanke daran, nicht, ich sag mal, kontinental oder vom Festland her mit meinem Zuhause, mit Lübeck verbunden zu sein, fand ich so befremdlich und so komisch, einfach auf dieser Insel zu hocken und ich weiß, ich kann das Ding entweder mit dem Boot oder mit dem Flugzeug verlassen, ich kann aber jetzt nicht auf einer Autobahn einfach fahren und nach Hause picheln. Das geht nicht. Das war echt so eigenartig, dass ich mir halt gesagt habe, nee, ich hab keinen Bock hier zu sein. Also ich hab keinen Bock über längere Zeit auf hier zu sein. Es ist eine wahnsinnig schöne Insel, das ist auch cool da irgendwie. Aber dann, ich will meine Umgebung haben, ich geh raus, so, jetzt irgendwie kurz ein weirder Tag, aber alle Omikronen sprechen Deutsch, so, und ich versteh alles, was Omikronen passiert und ich kann die Straßenschilder alle lesen und ich bin halt einfach eine kleine Gewohnheitssau und ich find das geil. So, und da bin ich völlig d'accord mit dann zu sagen, nee, komm, bleib mal in Good Old Germany. Das ist doch geil hier. Eigentlich ist das doch geil hier. Genau, ich find das auch super. Ist doch, ist eigentlich witzig. Bald, in ein paar Tagen ist der 11.11., dann fängt die Stadt auch wieder an zu leben. Dann geh ich in 6.4. Ja, ich bin auch kein großer Karnevalsfan und ich trinke auch kein Alkohol mehr. Ehrlich nicht? Hast du aufgehört? Hab aufgehört. Stark! Ja, also, aufgehört, das hält jetzt so an, als wäre ich so lübsüchtig gewesen. aber ich sag mal, das ist nicht mehr, ich trinke einfach nicht mehr. Also, also wirklich null Kommandiente? Null Kommandiente gar nicht. Oder auch mal zum Anlass, ein Ancheck vielleicht. Also, das ist jetzt erst anderthalb Monate, aber mir geht es besser denn je, deswegen hab ich gesagt, okay, ich fange auch einfach erstmal nicht wieder an. Ja. Sogar so, dass ich kein Vic Medinite oder welcher anderen tollen Medikamente es alle gibt, in denen irgendwie Alkoholgehalt drin ist, dass ich das auch nicht nehmen würde. Also, Vic Strict Zero. Geil. Ja. Ey, wir sind in einem Team jetzt. Genau, und deswegen ist der 11.11. für mich jetzt auch kein Mega-Highlight, aber da fängt die Stadt halt an zu leben, alles wird bummend und die Leute sind gut drauf. Das ist einfach, das ist einfach was Feines hier in Köln. Und pass auf, das finde ich jetzt auch wieder geil, weil wir auch bald wieder die Zeit haben. Digga, Weihnachtsmärkte. Genau. Jürgen, wie geil sind denn Weihnachtsmärkte? Ja. Das ist doch das Geilste an der deutschen Kultur, dass wir Weihnachtsmärkte haben, Digga. Zwei Wochen, dann geht das auch wieder los. Boah, ich hätte, das ist ein gutes Start. November ist ja wirklich so weit wieder. Man startet jetzt in noch so richtig schöne zwei Wintermonate rein und danach geht's ab in die Untiefen der Januar und Februar Depressionen. Das ist richtig scheiße. Ja. Aber jetzt erstmal die nächsten beiden Monate sind ja noch ein absoluter Traum. Bruder Dave, pass auf. Oh. Wir kommen zum Ende, allmählich leider. Ja. Wir sind alle traurig, aber es kommt das Corner-Buch. Okay. Ja, das ist das Freunde-Buch für alle, die in der Corner waren und das gehen wir jetzt durch. Hast du Bock? Ja, unbedingt. Also, Name, David. David Henrichs. Du hast sogar noch einen zweiten an, ne? Friedrich. Friedrich. So ein geile, ey. Spitzname Dave. Richtig. So nennt man dich am besten, Dave oder David, oder? Dave, ja. Warte mal, ist es David oder David? David. 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 Wie aus der Bibel. David. Wann hast du Geburtstag? ques que tu fais? Das hat meine Mutter immer gerufen. David. Wann hast du Geburtstag, Dave? Am 4.3.1999. Das, ist das, ist das Stier? Ne, Fisch. Fisch. Okay, krass. Was ist dein Lieblingsgetränk? Club Mate. Neben all den anderen Marten. Ich piep einfach das davor raus, sag einfach nur, dass du Mate gerne trinkst. Aber es ist wichtig, welche. Okay, 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 krass, krass. Hast du eine Lieblingsbeleidigung? Ne, finde ich alles gut. die Antwort erwartet. Ne, also ich beleidige gar nicht. Aber es geht alles durch. Alles, alles super. Aber hast du was, wo ich sag mal, aus der Gewohnheit am schnellsten, was am schnellsten rauskommt? Ja, aber das sind Sachen, die, die sagst du jetzt nicht. Ja, bei denen, die sollte ich eigentlich nicht mehr sagen. Ah, okay. Ne, also so Sachen wie, Spaß oder keine Ahnung was, ne, das ist so drin, weil ich das mal in der Schule, ohne irgendwie, ne, dafür sensibilisiert zu sein, jahrelang gesagt habe, sowas rutscht als schnell, am schnellsten raus, aber das ist halt nicht. so behindert sagen, wenn es etwas negativ konnotiert ist und sowas. Ja, verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Was ist dein geheimes Talent, was keiner weiß? Ach, das wurde ich schon öfter gefragt, deswegen, ich habe es schon diverse Male gezeigt, aber ich kann unheimlich gut knacken. Knacken? Ja, warte, ich zeige es. Okay, zeig. Oh! Na, es war nicht so gut, ich habe heute schon, aber ich kann alles, alle Finger, alle Beine, alle Nacken. In alle Himmelsrichtungen. Genau. Digga, das ist geil. Warst du mal im Schiropräck, nicht gerade so ein Scheiß? Äh, Digga, ich würde es voll gerne machen. Kann man es in Köln machen? Ja, natürlich. Boah, muss ich mal empfehlen. Was war dir mal richtig unangenehm? Kann in YouTube-Sicht sein, kann auch ein kleiner Schwank aus der Jugend sein. Richtig unangenehm ist mir, wenn ich, ich rede sehr viel Zeug und ganz häufig rede ich darüber, was ich gerne machen will und in vielen Fällen ziehe ich das auch durch. Ja. Wenn die Sachen dann aber nicht durchgezogen werden, das ist mir häufig sehr unangenehm. Ja, es war auch im Nachhinein sehr unangenehm. Und ich kriege es nicht hin, die großen Ankündigungen sein zu lassen, also das ist häufig. Ja, aber ich glaube, dasselbe Syndrom habe ich auch. Ah, Die Leute warten immer noch auf die USA-Vlogs. Was findest du richtig scheiße? Wir sind noch da, keine Sorge, ich überlege nur, für alle, die das Video nicht sehen. Richtig scheiße? Was nervt dich so richtig? Kann auch präsent sein, kann, kann etwas gesellschaftliches sein, kann etwas, ich fühle mich so ausgeglichen in letzter Zeit, das ist kein Witz. Ey, du bist ja pure Frieden. Ja, mir ist das alles, alles, was ich nicht feiere, ist mir einfach egal. Okay. Aber ich reg mich da so nicht drüber auf. Verstehe ich. Ich habe so nichts, was ich so richtig scheiße finde. Ich denke dann immer so, ja, irgendjemand anders findet das halt geil. Ja. So, dann ist das halt für die, das ist einfach nicht für mich. Das ist so deren Problem. Ja, genau. Da habe ich nichts mehr. Was findest du denn richtig geil gerade? YouTube. YouTube? Immer, ja. Ja, okay. Das ist aber unverändert. YouTube allgemein, ja. Aber du bist auch so, wir sind so diese Generation. Ja. Du hast ja auch mit, keine Ahnung, zwölf oder wie alt warst du da? So richtig viel angefangen. und Fortnite finde ich auch richtig geil. Fortnite gerade? Immer. Ehrlich, immer? Ja. Du zockst immer Fortnite? Digga, geil. Max auch, Max ist der beste Fortnite-Spieler. Ehrlich jetzt? Digga, seid ihr zu zweit immer unterwegs? Nee, Squats. Jeden Abend. Geisteskrank. Wenn du jetzt einen Song für die Corner-Playlist reinhauen müsstest, was wäre es? Ich war ja letzte Woche schon bei unseren guten Freunden von Offline und Ehrlich eingeladen. Ah, geil. Da habe ich schon einen Song in die Playlist getan, den ich rauf und runter höre. Und diesen Song höre ich nach wie vor rauf und runter. Deswegen nenne ich ihn jetzt hier nochmal. Okay, mach. Das ist Dark Side von Bring Me The Horizon. Oh. Überhaupt nicht mein... Hä? Hätte ich nur über dir gesagt. Ja, überhaupt nicht mein Metier eigentlich. Bin da aber irgendwie über Linken Park, die ich immer ganz viel gehört habe, so ein bisschen reingerutscht. Und ich glaube, der ist relativ neu. Den finde ich Hammer. Geil. Dann packen wir den drauf. Pass auf. Und zu ganz, zu aller Letzt brauche ich eine Weisheit von Dave. Was ist die Weisheit in die Welt? Wenn du jetzt einmal alle zuhören könnt, was die ja tun, weil sie alle Corner gucken. Wenn du jetzt zu diesen Menschen sprechen könntest und eine Weisheit raushauen könntest, was ist die Dave-Weisheit? Ruhe bewahren. Boah, das ist richtig kurz, knapp, aber sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr geil. Füße stillhalten. Hast du perfekt gemacht. Dave, ich bedanke mich vielmals. Ich habe zu danken. Vielen Dank an Funk für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ich küsse es zurück. Und ihr könnt den Podcast natürlich überall hören, wo es Podcasts gibt. Und auch bewerten. Und ihr könnt ja bewerten vor allem. Könnt ihr den auch überall. Sehr, sehr gerne vor allem auf Spotify. Schaut auf YouTube vorbei. Schreibt da gerne Kommentare. Gebt Kritik. Folgt auf Instagram rein. At Henkes Corner. Überall findet ihr den ganzen Bums. Und bis dahin. Gehabt euch wohl. Ja. Euer Henk News Time. Tschüss. Tschüss. Tschüsschen. Ja, wie wunderbar. So, Freunde. Und wir sind auch schon in der Endcard. Das war die Henkes Corner mit Dave. Wer euch das Video gefallen hat, wertet es sehr gerne. Schreibt uns Kommentare. Und wenn ihr noch mehr zu Corner sehen wollt, dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zur letzten Folge mit Majan. Und hier zu einem Video von High Performer Henning. Da redet ihr ein bisschen drüber, wie Influencers eigentlich wirklich Geld verdienen. Bis dahin. Bleibt gesund. Lasst euch gut gehen. Euer Henk Mann. Tschüssi. Koski. Ciao.